Oh shit Bro, ich habe gerade einen Link reinbekommen, den müssen wir uns beinahe anschauen, warte kurz. Also Kajo hat das geschickt und meinte, das ist extrem krank, das ist wichtig für uns beide, sollen wir es anschauen. Okay, was zum Fick ist das? Ein Twitter-Video irgendwie. Okay, zieh runter. Okay, 3, 2, 1, go. Ist Ocula diese VR-Leute oder was ist das? Ocula ist ähm... Bro, das ist dieser Typ aus diesem XGC-Video. Ocula ist doch das Ding von Brandon. Von den Jungs, oder? Achso, das ist, was ich meine, ist Oculus. Aber das ist related zu unserer, das ist halt aus unserer Community, glaube ich. Vielleicht hat Alex das gemacht. Okay. Was kommt jetzt hier, Outing von denen? Hey Leute, ich bin schwul. So voll random. I don't want it by random. Event welker. Oh. Oh. Die Tomo-Sit-Bag. Ja, machen wir es. Das süß, Mann. Eka, wie viel Aufwand. Das ist sehr, sehr süß. Er läuft am Anfang sogar da vorbei, wo dann 2022 und dann dieses Sad-Face fängt. Dieses Aware-Face. Ja, das Aware-Face. Ja, ja, da. Oh mein Gott. Bro, bro. Das ist big. Das ist geil, oder? Ja, Mann. Die Tomos, bro. Chill mal wieder. Die Tomos, bro. Die OGs. Die Tomos. Ja, dieses Jahr macht es auf jeden Fall auch mehr, beziehungsweise dann nächstes Jahr macht es auf jeden Fall auf jeden Fall mehr Sinn. Macht Sinn, bro. Ich glaube, mehr gestreamt hast du nie als jetzt gerade. Ja, Mann, das stimmt.